hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem kanal wir haben jetzt zehn uhr und das sind die liegen die wir zur möglichkeit haben die superliga hyperliga primärcup hyperliga und die normale meisterliga begrenzt und ich glaube ich starte einfach mit dem primärcup und gehe direkt mit meinem trippel starter team rein ich habe einfach bock ich bin mal gespannt wie viele leute wir hier finden ob das wieder lange dauert wie viele sich überhaupt für den primärcup entscheiden ob dann doch lieber wieder die präferenz bei der superliga ist einfach mal abwarten und wenn das hier echt extrem lange dauert dann werde ich jetzt hier rauskarten gleich ein bisschen ich habe extra für heute noch keine sets aufgenommen oder sets gezockt weil ich keine lust mehr auf den holyday cup hatte wenn ich jetzt hier die ganze zeit warten muss weil keiner um die uhrzeit jetzt auf die umstellung wieder reinkommt sondern lieber was anderes zockt da bin ich auch kein bock drauf wie fandet ihr denn den holyday cup hat er euch spaß gemacht habt ihr da gut punkte farmen können habt ihr da zu viel sternstaub reingebuttert wie ich das zum beispiel gemacht habe und viel zu viele pokémon geburscht habe und ja irgendwie läuft das hier gerade nicht schreibt mir das einfach mal in die kommentare wie das bei euch so lief einfach mal reinschreiben wie ihr den fandet was ihr gut fandet was ihr schlecht fandet ob die rientik öfter mal so ein cup raushauen sollte und ja ich mache einfach mal einen cut so nach drei minuten warten starten wir jetzt direkt mal mit einem kampf und die führung ist optimal dies optimal wir sehen hier auch schönes schnee gameplay auch mal ganz nett zu sehen das ist gar nicht mal so gut von dir dass du das hier machst glaube ich das ist glaube ich gar nicht so gut hier ist nur der nachtieb effektiv den rest resistiere ich resistiere sofort attacken und das ist auch kein mülltreffer von daher werde ich den nachtieb hier nicht schilden denn kreuzdieb resistiere ich wo die du wolltest einfach nur chip damit hier drauf kriegen 1 2 3 4 5 jetzt zwingen werde ich noch mal zum schilden kriege ich den zweiten schild oder habe ich dir ordentlich der mensch drauf wie ist dir das lieber okay dir ist das so lieber werde ich jetzt hier einmal schilden was meint ihr der nachtieb macht schon ein bisschen ich glaube in einem schild kann ich hier auch eingehen 1 2 3 4 5 und wir fangen einfach die nachtieb mit krummer gab da ist er nicht effektiv da ist er nicht effektiv zack dabei hatte jetzt erstmal nicht mehr so viel rein ja das war klar dass der jetzt rein kommt aber das macht mir echt nichts das macht mir echt nichts ich gehe gleich einfach an dieser flora gut ist das dann muss ich hoffen dass hinten meinem podium gleich das nächste pokémon von der weg schreit hat und dann passt das so tragisch ist das ja alles nicht so tragisch ist das ganze hier nicht ich habe drüben den dings ready ich habe drüben die florastatüe die von daher passt das gehen wir direkt hier auf die attacke ich werde auch hier einmal mit einem schild reingehen das ist gar kein thema und jetzt wünschte ich dass ich die attacke noch nicht eingesetzt hätte egal jetzt werde ich die raushauen und einfach den druck aufzubauen und vielleicht ein schild zu kriegen oder das pokémon komplett zu zerstören wir zerstören komplett jetzt kommt er gleich wieder mit seinen dings rein genau 123 ich komme aber vor dir so jetzt aber wie entscheidest du dich schild weg oder dein pokémon mit der geladenen energie weil du hast auf jeden fall die attacke ready okay was hast du hinten wogegen mein bisafloh noch stark ist dass du mich loswerden willst und garados hast du hinten garados dran ah jetzt weiß ich auch warum du mich loswerden möchtest okay jetzt weiß ich auch wieso du mich loswerden willst und er kriegt den charme zwischen das ist mies komm 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 ich brauche die anderen babbel ich brauche die anderen dinge hier noch kommen perfekt hoffentlich reicht das aus das reicht nicht auskommt noch eine kaskade ich brauche wirklich noch eine wenn das jetzt der flammenwurf ist kann ich das glaube ich sogar noch verloren haben der hätte den charm nicht dazwischen kriegen dürfen aber er ist nicht effektiv perfekt perfekt ich denke dass ich das hier gewonnen habe ja ich habe hier noch mal die attacke raus denn sein konnte ist schon effektiv sein konnte ist glaube ich nur zwei zug attacke kaskade zwei oder drei ich bin mir nicht sicher von daher hätte da glaube ich auf jeden fall noch mal eine raus gekriegt also war das gut dass wir das so gemacht haben ich kann verstehen dass du mit dem torgeg ist hinten mein visa flow unbedingt loswerden wolltest so muss ich jetzt hier gleich noch mal einen cut setzen oder wie sieht es aus wir haben jetzt hier 7 nach 10 und ich weiß perfekt ich brauche gar nicht cutten es wäre cool wenn ihr mir einfach mal ein like da lassen könntet mal ein abo reinhauen könntet wenn ihr mich noch nicht abonniert habt denn viele ich kann in den analytics und alles reingucken und viele der zuschauer die sich meine videos reinziehen haben noch nicht abonniert das ist auf jeden fall die drachenklaue also es wäre cool wenn ihr das tun könntet ansonsten schaut einfach weiter ist ja alles kein thema würde mich halt unterstützen also jetzt gucken wir mal dragora wie habe ich das immer gespielt ich bin glaube ich immer hier drauf gegangen und habe mich dann runterfahren lassen oder bin ich danach ach du machst das so krass du kriegst mich gefahren dann gehe ich direkt hier rüber dann gehe ich direkt hier rüber sorry man tut mir leid ich glaube ich muss schilden wenn das ein wutanfall ist ja ein wutanfall von dem krypto würde ich auf jeden fall gerne schild so kriegt ein zweiten schild du bist nämlich echt squishy hast nicht die größte verteidigung als krypto ich glaube das könnte schon fast reichen oder ja perfekt das reicht das reicht ah noch ein krypto da ist ja wild drauf du bist ja wild drauf ich habe jetzt gar nicht geguckt hätte die wasser oder die eis sofort attacke das würde hat eine hohe relevanz mit meinem glurak was hast du die eis attacke ok lädst du auf eine schädelwumme oder was machst du ich gehe hier mit dem schild rein ja das ist auch die schädelwumme denn hier ist nur die schädelwumme großartig effektiv die wasserattacken kann ich noch ein bisschen wegstecken von daher passt das wo das wird jetzt übel das ding hier down zu kriegen auto wechselt raus das ist gut ich habe zu spät gewechselt er hat doch die stehen ja das schon der steinhagel er hing bei mir er hat sich nicht bewegt aber trotzdem attacken rausgekriegt oder was ja das kann ich knicken er hat auf jeden fall attacken rausgekriegt ich weiß nicht ob ich mir das jetzt eingebildet habe ich glaube der hat sich die ersten züge gar nicht bewegt er stand da einfach nur rum und hat nichts gemacht von daher finde ich das gerade ein bisschen nervig aber der hatte ein schild über da hätte ich eh nichts mehr machen können da hätte ich eh nichts mehr machen können ich hätte den energie ausgeben lassen sollen ich hätte den glaube ich auf jeden fall die energie erstmal ausgeben lassen sein bevor ich dann rüber wechseln ich bin mir jetzt nicht sicher ob ich eine zeitlang erstmal hier in dem cup bleibe oder auch mal wieder richtung superliga ein bisschen probieren am meisterliga bringt mir halt überhaupt nichts da ich einfach die ganzen starken pokémon und die level 50 gar nicht habe weil das müsste die unbegrenzte sein da sehe ich halt kein land das wird nichts da wo ich auch gar nicht probieren jonas raki so ist du auch gerne raki oder nennst du dich nur so und was hast du okay das ist ja nur ein sturzflug darf ich nicht nehmen 1 ok du gehst direkt rüber wie habe ich das denn gegen den gemacht hier ist ja nur der spukball effektiv hier ist nur der spukball effektiv ich glaube ich werde auch den ersten schilden denn mit eissturm macht das ja gar keinen sinn gegen mich vorzugehen ja wenn du schaden haben willst brauchst du den spukball wenn du den haben willst brauchst du den spukball unbedingt von daher können wir hier ganz gut mit dem schild reingehen dich mal hier unter druck setzen gegebenenfalls kriege ich jetzt dein schild kriege ich nicht du wirst jetzt gleich noch eine attacke einsetzen und dann kommt ein lauchsalot wieder möchte ich schilden und dann gegen ein lauchsalot mit viel energie kämpfen weil der mich dann runterfahren nein möchte ich glaube ich nicht ich möchte nicht dass sie den lauchsalot gleich wenn ich geschildert habe viel energie hat von daher machen wir das so jetzt farmt er mich gleich leider runter oder er lässt die uhr unterdenken dann kann ich raus wechseln komm lass mich raus ja ich komme nicht mal mehr raus ich komme nicht mal mehr raus ouch er hat mich echt mit seinem wechsel jetzt richtig hops genommen ja er hat mich richtig haus genommen 1 2 3 4 hat er vor mir eine attacke rausgekriegt oder ist das die drachenklaue wenn das die drachenklaue ist will ich die ungern schilden es ist eine drachenklaue ok 1 2 das ist dann noch eine drachenklaue wenn ich jetzt fast zwei habe hat er auch zwei wie mache ich das am besten wie mache ich das am besten ich muss jetzt erst mal was einsetzen hat keine attacke rausgekriegt das ist wichtig jetzt setze ich den hier ein bisschen unter druck ich glaube ich hätte auch einfach nicht ködern können ok 123 lass mich zu kornado kommen bitte schilde nicht das wäre so wichtig wenn du hier nicht schild ist das wäre richtig wichtig da kommt und jetzt formt er mich komplett jetzt formt er mich leider komplett ich hätte von anfang an auf die dinge gehen müssen ist dass ich muss pokern ich hoffe dass sie das nicht ist es ist ok na dann mache ich nichts ich hätte direkt auf die matschbäume gehen sollen und nicht mich auf sowas hier einlassen dürfen ich hätte mich nicht hier drauf einlassen dürfen egal wir gehen einfach direkt in den nächsten kampf aber jetzt nicht wieder 100 jahre warten ging ja bei den nächsten bei den letzten zwei kämpfen relativ fix jetzt gucken wir einfach mal wie es hier aussieht ich habe einfach mal ein cut gesetzt da das noch mal ein paar minuten gedauert hat und wir sehen uns direkt wieder hier im kampf wir starten mit einem toggle kiss und du gehst rüber da rein dann gehe ich hier hin ich habe viel zu spät gewechselt ich bin gar nicht mehr drin im game hier die macht auch schon wieder ordentlich schaden ich bin gar nicht mehr richtig drin im game wie habe ich das denn immer alles gemacht hier wird er den ersten schon schilden wird er den ersten schilden das ist jetzt die frage ich weiß nicht ob die leute den ersten schon direkt schilden jetzt wo sie noch zwei schilder haben ja klar schilden sie ärgerlich hat er zwei attacken egal ich drücke ihn gleich noch mal eine drachen klau um mir bisschen unter druck zu setzen denn ich glaube nicht dass er zwei hintereinander hat ich hoffe es zumindest ich hatte jetzt auch die karbonate über jetzt hätte ich die gerne eingesetzt denn das hier reicht nicht aus das hier reicht jetzt leider nicht aus aber er schildert sehr gut jetzt setzt sich dann noch mal ein jetzt setzt sich direkt noch mal ein ich denke nicht dass es ausgereicht aber hätte ich jetzt noch eine sofortattacke abgewartet hätte er seine ladattacke eingesetzt von daher machen wir hier direkt ein bisschen druck lassen uns ruhig rausnehmen und holen uns energie mit dieser flor das wird jetzt richtig richtig hart farm und ich werde noch eine attacke fressen aber es macht nichts werde ich die schilden komme ich gehe direkt auf ein schild weil er die zwei attacken ist ja egal welche schilde ich geht ja er geht auf die attacke ok er müsste gleich aber zu noch einer kommen glaube ich oder ich bin jetzt vollgeladen mit energie wen setzt du mir zu entgegen er macht das echt so er hat es echt so geschafft meine florastatue rauszuködern ist das eklig egal jetzt kann ich noch farm 1 2 3 4 so jetzt setzen war ein ich meine das wird dir jetzt auch nicht mehr helfen zu gewinnen aber das hast du richtig gut gemacht das hast du richtig gut gemacht bringt ihr leider trotzdem nichts das bringt ihr leider trotzdem nichts ich habe nicht mehr gesehen welches pokémon du hast einfach nur kampf kann ja einiges sein kann ja einiges ein lauch zu laut ja das kannst du knicken brudy deine letzte chance die du hattest war das mit dem wechsel was du auch gut gemacht hast aber den kampf den kannst du kinken das wird jetzt nichts mehr ich habe mir noch energie bei togekiss geholt einfach nicht direkt drauf nicht dicht und direkt rausgenommen bisschen overfahren was wichtig war ja muss ich jetzt gleich noch mal cutten oder warten wir jetzt einfach mal quatschen ich glaube ja wir können einfach nur eine runde quatschen ich glaube dass der cup jetzt noch mal so will an wir gehen jetzt über 50 tage über 40 tage also da ist noch mal ordentlich zeit ich lasse das hier glaube ich alles langsam eingehen ich habe auch nicht mal stress hier die sets durchzuballern das ist ja geht so geht so müssen wir mitzielen lass mich raus eine attacke hast du 23 konfusion vier konfusion ist das schon ich muss schilden falls das nahkampf ist hat er vier oder fünf ist die laubklinge ok 1 2 so entweder kriege ich dein schild oder du bist raus entweder bekomme ich dein schild oder du bist raus wie hättest du das gern du bleibst noch drin ok so so werde ich schilden kriege ich ihn runter gefarmt ja jetzt kriege ich ihn auf jeden fall runter gefarmt jetzt wo das der nahkampf ist sehr gut jetzt kommt sein eigenes raus aber ich habe ein bisschen energie ich habe einen guten vorsprung von daher lässt er jetzt erstmal die euro runter ticken kommt dann ganz entspannt mit seinem polio noch ein oder auch nicht toxi ich habe doch so viel energie meinst du dass der richtige weg meinst du das ist dann der richtige weg so und jetzt du bist so squishy du kannst jetzt ja drückt mir die matschbombe aber ich werde dir jetzt sofort die attacke hier raushauen ja 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 geh mal her ich werde dir trotzdem direkt die flora statue drücken du hast so wenig verteidigung das haut jetzt so viel energie weg du bist auf jeden fall richtung gelb definitiv ja perfekt so als haust du mich gleich mit schlammbombe weg das macht aber nichts jetzt kann dein empolion mich nicht runter fahren für energie hätte ich dich jetzt getötet von daher wäre das wichtig wenn ich dich gefahren krieg du lässt mich nicht fahren du hast aber noch keine attacken rausgekriegt das heißt ich gehe direkt auf die lohe kanonade ich gehe direkt hier auf die attacke farmst du mich runter oder wirst du direkt einsetzen was ist dein plan ich gehe raus lass mich raus sehr gut attacke abgefangen nimmt die mich raus bitte nämlich raus bitte lad komplett auf die attacke machst du nicht okay du hast eine rausbekommen wir gehen gleichzeitig drauf und ich kann dich mit lura groß nehmen perfekt o matico adios ich hätte auch einsetzen können aber ich wollte nicht dass ein toxicoid mich runter farmen kann weil hätte das noch mal bei mir eine attacke rausgehauen hätten wir das jetzt die schlammbombe gedrückt die hat auch noch mal schaden gemacht von daher musste ich gucken dass ich das zu verhindern weiß also machen wir das so jetzt wollen wir uns dann noch mal ein muschhaus mit ein bisschen energie ja ein bisschen energie was glaube ich denn jetzt mit ein bisschen sternstaub schönen gameplay im hintergrund hier ein bisschen schnee sieht auch noch mal schön feierlich hier aus mit dem schnee und ich schaffe nicht mal den fabelhaften egal das ding fangen wir jetzt einfach hat das ding bei schnee wetter boost nö ne ist ja nur ein wasser pokémon ich glaube die entwicklung ist dann wasser eis ok auch kein gutes ist egal den sternstaub nehmen wir mit jetzt holen wir uns den hier noch mal ab 2300 punkte alles klar ist doch nicht schlecht ist doch ganz cool und da die woche vorbei ist wo der holiday cup zur verfügung stand gibt es leider keinen doppelten sternstaub mehr ok ich würde mal sagen das war's mit dem video und wir hören uns einfach beim nächsten mal wieder ciao hallo und willkommen zurück auf meinem kanal wir befinden uns weiterhin der hyperliga primär cup und es geht direkt los mit meinem triple starter steam steam genau jo bubble du bist schon direkt am start und versuchst mir hier die anmoderation oder was weiß zudem nicht bin ist egal ist egal die führung hier ist super du wirst raus wechseln was holst du rein du holst dein eigenes den krypto ok ok dir möchte ich jetzt trotzdem eine match bombe drücken ich bin dir eine attacke zuvor ich habe eine mehr als du und wenn du die nicht schild ist werde ich dir richtig gut schaden drücken glaube ich du schild ist nicht du setzt gleich hoffentlich ein jetzt werde ich einmal schilden und kann dich gleich mit lorak runterfahren da du ein krypto bist ohne dass du noch eine attacke schaffen solltest perfekt dann machen wir das doch mal direkt 1 2 3 4 das dürfte eigentlich nur eine florastatua sein aber die match bombe wird richtig verdrücken ich darf nicht schilden glaube ich ist die florastatua perfekt köder dich selbst köder dich selbst hier gehen wir direkt auf die karbonate denn die ball hat richtig viel hat er auch ein dreifach starter team hat er das auch viele spielen das mit zum pex aber ich bevorzuge im polien das hatte ich ja schon mal in dem video erwähnt da mir einfach dass der stahl typ gefällt ich meine zum pex ist overpowered zum pex ist überall zu gebrauchen in jeder liga das ding ist einfach in jeder liga zu gebrauchen super hyper meister meister liga classic mittlerweile sogar also das dinge man hat ordentlich rein das teil hat zwei attacken über die und ich bin glaube ich sogar geneigt also dann machen wir das direkt so perfekt dann machen wir das direkt so du hast nur gift attacken glaube ich gift und flug attacken du hast glaube ich also kannst auch ein spukball haben aber du hast bei deinem zum pex noch nachher du hast ein spukball du hast aber kein step drauf du hast bei deinem zum pex noch eine attacke von daher möchte ich ungern hier ein schild reinballern denn ich glaube dass ich den schild noch gebrauchen kann von daher machen wir das so du schildest dann kann ich hier nochmal einsetzen um dich einfach direkt loszuwerden ich habe ein back to back am start es sei denn du schildest damit du meine energie christ aber gefarmt kriegst du mich nicht dafür ist mein kaskadenschaden zu hoch dafür ist mein kaskadenschaden glaube ich zu hoch du setzt ein du hast glaube ich schon wieder fast zwei attacken ready aber du müsstest dreimal mein rankenhieb kriegen und dann bist du weg ich glaube dass das reicht ach guck mal ich hab noch so viel leben brudi das wird nichts mehr das kann auch von mir aus jetzt das erdbeben sein oder die schlamm woge du hast einfach keine chance mehr das wird leider nichts mehr aber schön dass du drin bleibst und noch mal alles gibt ich hätte jetzt auch einfach flexen können indem ich nicht schilde und dich dann runterfahren aber wofür wofür cooles team experte ist ein bisschen spicy es gefällt mir mein plan war eigentlich gewesen wo ich direkt im visa floh gegangen bin dass ich von visa floh aus direkt direkt in meinem podium gehe wie ich das auch gemacht habe in der hoffnung gegebenenfalls eine schlammwoge abzufangen hätte er aber erdbeben drauf gehabt hätte mich das ordentlich zerstört sorry poké robinson ok mal gucken startest du auch mit den sumpex ich würde mich freuen du bist der beste wo gehst du rein du gehst da rein ok du gehst da rein ich werde hier auch direkt einsetzen ja dein steinhagel die nehme ich dein sumpex macht nicht so viel gegen mich ich brauche da noch schilde gegebenenfalls für meine anderen pokémon 1 2 3 4 jetzt gehe ich einfach mal auf die flora statu ich hoffe hier ein schild zu bekommen denn du würdest ja den pokémon nicht rein wechseln wenn du nicht willst dass das überlebt perfekt 12 jetzt kriegst du die match bombe wenn du die auch noch schild das habe ich gute karten ansonsten bist du jetzt raus und ich habe die führung so hart gewonnen wie man die nur gewinnen kann beziehungsweise den wechsel ok das macht nichts ich habe immer noch zwei schilde ich glaube auch sorry ich glaube sogar dass du jetzt hier kürt hast ok du kürt hast nicht ist aber überhaupt nicht tragisch ich behalte mir die schilde so ich habe die attacke rausbekommen jetzt muss ich leider mit schild reingehen das könnte die blotgeister sein nein ist es nicht du willst mich unbedingt raus kriegen jetzt fahr mich hier noch ein bisschen mehr als ich haben muss seine energie damit ich gegebenenfalls direkt gleich gegen sumpex oder whatever da auch kommt was raushauen kann draguran oder so wirst du nicht hinten haben sonst besser damit direkt reingekommen von daher muss ich gucken was du hast und vielleicht schnell wechseln er du kannst mich aber nicht gefarmt du christ mich nicht runtergekontert bruder das wird leider nichts von daher bekommst du jetzt hier nochmal die attacke du darfst mich auch gerne rausnehmen das macht mir nichts das macht mir echt nichts jetzt gehe ich hier rein du kannst mir auch gerne ein steinhagel drücken oder will ich den steinhagel fressen ich glaube ja ich glaube ich fressen steinhagel von dir einfach nur um dich hier zu fahren nur nicht mehr nur nicht mehr zur attacke kommen perfekt perfekt 1 2 er hat die attacke rausbekommen das ist natürlich nicht gut ich weiß nicht ob es besser gewesen wäre wenn ich jetzt mein glura geschildet hätte aber ich glaube das wäre echt eklig gewesen 3 ich werde jetzt hier einfach schilden und hoffen dass er nicht vor mir vor nächsten attacke gleich ein erdbeben schafft denn seine aqua hobbits nehmen mich hier gleich nicht raus so er darf jetzt nur keine keine erdbeben erreichen das würde mich rausnehmen das ist eigentlich eigentlich ist das eine aqua hobbits ansonsten ist das hier ein gg ja das wird leider nichts mehr wo die und tschüss perfekt ich war erst am überlegen ob ich mein glurag am leben lassen soll aber da hätte mich dann auch eine aqua hobbits herausgenommen und ich konnte mir hier noch ein bisschen energie holen von daher konnte ich das matchup auch mit einem schild gewinnen sonst hätte ich verkackt wenn ich nicht die zwei kaskaden gehabt hätte oder die drei dann wäre ich hier nicht früher zur attacke gekommen von daher würde ich mal sagen habe ich alles richtig gemacht von daher würde ich sagen alles richtig gemacht schön durchgeplant geguckt wie ich das am besten machen muss und wir gehen in den nächsten was hat er denn wir starten mit meinem bisafloor gegen ein ganger okay auch mal cool auch mal cool jetzt gehe ich hier rüber weil ich hier massiven druck mit der sofortattacke mache weil ich hier massiven druck mit der sofortattacke mache ich habe leider keine mehr rausbekommen ich werde aber potenziell den ersten jetzt hier schilden weil ein spukball von dir mit step ist übel die finster faust nur bekommen okay du ziehst aber jetzt gleich mit dem schild nach du ziehst jetzt mit dem schild nach von daher habe ich dir ein schild gegeben und habe mir den zurückgeholt dann passt das dann passt das für mich ja ja dann passt das das ist jetzt eine finster faust ich glaube dass die die so viel schaden macht dass du mich gleich gefahren kriegst oder der spuk weil der mich jetzt komplett rausnimmt die finster faust du kriegst mich aber nicht gefahren das wird nix jetzt werde ich gleich einmal schilden und fahren ich habe ausgeholt zur attacke das heißt ich kriege auch nicht noch mehr schild äh noch mehr schaden von daher habe ich mir jetzt den wechselvorteil hier wieder geholt und du gehst drauf weil ich die attacke rausgekriegt habe wen holst du rein der direkt eine attacke frisst dein eigenes okay dann gehe ich in dem fall auf die aqua hobbits oder die gegen dich mehr schaden macht durch den step weil ich ja ein wasser pokémon bin habe ich ja wasser step hier drauf zwei drei kaskaden hast du okay drei kaskaden vier fünf ja das ist ein bohrschnabel davon kann ich einen wegstecken dann kann ich einen wegstecken so ok 12 kriege ich hier dein schild kriege ich hier den schild das wäre vielleicht nicht schlecht das wäre vielleicht nicht schlecht ja bekomme ich dann gehe ich rüber dann muss ich einfach mal rüber so was drückst du mir ist das die lower kanade eine andere attacke würde keinen sinn machen aber ich dürfte das game hier verloren haben ich hätte nicht schilden dürfen ich hätte hier nicht zweimal schilden dürfen gegen sein gänger das hat so viel druck auf meine schilder gemacht das ist offensiv so ein biest gewesen ich glaube nicht dass das hier noch was wird das dürfte hier echt nicht mehr gewonnen werden den habe ich vergeigt den kampf den habe ich leider versemmelt weil jetzt farmst du mich hier runter bevor ich irgendwie zur attacke komme und dann war es das auch dann war es das leider auch ist aber nicht ist aber nicht schlimm wie viel steht es 2 1 ok ich würde gerne noch einen kampf gewinnen dass ich hier positiv aus dem set raus gehen mir ein paar punkte mitnehmen das wäre eigentlich alles was ich hier möchte das würde mir vollkommen ausreichen wenn das gehen würde von daher sehe ich das jetzt auch nicht so dramatisch da mal einen kampf zu verlieren da gibt es nicht schlimmeres letztens habe ich mir einen 5 0 reingeholt und das war ein bisschen ärgerlich das war echt ein bisschen ärgerlich von daher so schlimm ist das hier gar nicht ok wir gehen direkt in den nächsten kampf wir starten mit meinem bieser floor gegen ein barrikadachs hier ist nur der nachtieb effektiv von daher passt 1 2 konter 3 4 5 da ist der nachtieb ich habe eine attacke rausbekommen sehr gut da brauchen wir auch nicht mit dem schild reingehen das kann auch kein ding sein kein mülltreffer oder so 1 2 3 4 5 jetzt setze ich hier ein um ihn unter druck zu setzen ob er schilden möchte oder ob er den schaden haben will weil er hat er die attacke mit ihm möchte den schaden ich werde jetzt nicht schilden ich werde jetzt noch mal seine attacken mit zählen und dann bei der fünften werde ich einsetzen und dann möchte ich sehen ob er sein pokémon behalten möchte 1 2 3 4 ich setze ein entweder kriege ich jetzt die führung oder sein pokémon also mit der führung kriecher sind pokémon entweder kriege ich ein schild oder das ding hier ok ich bekomme die führung wer kommt rein und fand mich potenziell runter glurak du rechnest vielleicht nicht mehr mit einer matschbombe von daher wäre ich jetzt echt froh wenn ich die hier rauskriege doch perfekt perfekt was drei sofort attacken rausgekriegt 34 ja dann gehe ich hier aber das war vielleicht jetzt nicht so gut drei konfusionen ich setze jetzt hier ein in der hoffnung vielleicht ein bisschen druck zu machen einfach nur weil mir mein glurak gegen das andere nicht so viel nützt versuche ich hier druck aufzubauen perfekt vier konfusionen das wird bestimmt schon eine starke attacke sein die kann mich auch rausnehmen ist gar kein thema ich habe hier ein schild ziehen können und das ist alles was ich möchte das ist alles was ich möchte du hast drüben der lokalen hatte ich muss mir ein schild auf jeden fall aufbewahren was kann das ding hier haben psychokinese und eine wasserattacke wahrscheinlich wo ich mache ja gar nichts du bist tanki du bist tanki werde ich das erste ding schilden oder dass ich das durch ich lasse das glaube ich durch falls danach und die fans drop kommt werde ich das werde ich den schild brauchen ich muss ja attacken aufladen so jetzt muss ich schilden denn glurak hat eine attacke ready und falls dann falls er gleich echt noch ein ja das wird noch knifflig ich krieg dich glaube ich nicht gefarmt aber ich muss es versuchen ich brauche die zwei attacken gegen glurak perfekt ja besser geht es nicht ich habe gewonnen jetzt kriegst du die erste und ich krieg dein schild dann kriegst du die zweite und das war's da du die matschbombe nicht geschildert hast bist du in der range wo das auf jeden fall ausreicht aber brudi du hast sogar sogar ein shiny glurak tut mir jetzt leid für dich aber ich konnte deinen lamus einfach gut runterfahren das hat perfekt gepasst das hat doch perfekt gepasst und tschüss und ich gewinne das ding noch mit dem schild sehr schön jetzt bin ich positiv jetzt stehe ich 3 1 jetzt gehe ich wieder ein paar punkte hoch jetzt kann ich die punkte nur noch vergrößern von daher ein geiles set das reicht mir schon das reicht mir schon ist doch ein geiles set jetzt gucken wir mal jetzt warten wir mal hoffentlich muss ich jetzt nicht zu lange warten lamus ist auch glaube ich echt cool mit konfusion weil das ding hat auch hohen sehr sehr hohen verteidigungswert lamus hat glaube ich echt nur verteidigungswert aber die attacken oder das move set ist denke ich mal nicht so gut kunst psychokinese konfusion und was noch oh eklig ich muss in dings reingehen hier rüber denn ich darf ihn noch nicht meinen glurak zeigen 3 4 konter 5 jetzt hat er die attacke ich hab n dings ich hab ne kaskade rausgekriegt das ist perfekt das ist echt perfekt ich muss hier komplett schilden den schlagbohrer da bleibt mir nichts anderes über so sumpex rausgeholt ja du kriegst auf jeden fall meine attacken ab geil geil so ich werde jetzt gleich auch noch mal einsetzen ja die gefahr ist groß dass ich dann ja ich glaube die gefahr ist echt groß dass ich keine farm range mehr haben werde mit visaflor aber das macht mir echt nix ich habe hinten noch mein glurak gegen das karlanzas und dann noch ein schild über ja er wollte einfach nur chip der menschen machen kommt jetzt noch mal karlanzas und farm mich komplett aber er dürfte nicht raus wechseln können das heißt ich gehe einfach um ein glurak und was machst du jetzt wo du kommst nicht mal zur attacke nur der schlagbohrer oder auch was anderes der schlagbohrer egal den lasse ich durchgehen perfekt wen hast du jetzt der noch zwei schilder hat ja geil jetzt gehen wir direkt hier rüber jetzt habe ich hier noch eine attacke ready drei hast du du hast fünf attacken jetzt jetzt mache ich hier ordentlich druck fünf attacken hast du das ist zweimal ein donner schlag der wird hier resistiert lädst du auf den fokusstoß auf sechs attacken hast du sieben attacken ich lasse den durchgehen du musst ködern rückkehr heftig das ist ja krass rückkehr ist ja krass wie geil ist das denn das habe ich ja noch nie gesehen dass das ding mit der attack gespielt ok jetzt nehme ich hier bitte raus damit ich dir die hohe kanonade drücken kann ich komme sogar noch zur attacke perfekt macht mir auch nichts auch geil ich habe extra noch ein schild und die attacke bei glurak am start damit ich das so rumreißen kann aber wenn das auch so reicht perfekt einfach nur weil dieser flor mit seinem pflanzentyp mit die elektro attacken resistiert ja dann halt so dann nehme ich den win so den hätte ich so oder so mitgenommen von daher ist mir das echt egal wie ich das mache ja kein 4 1 gibt ordentlich punkte gucken wir uns die belohnung an ein quickel mit einem schönen hintergrund dann passt das doch gehen wir hier einfach mal mit denen mit der sanana wäre rein denn ich brauche bombeaus ich habe letztens erst ein paar umgewandelt und mein mammothel ein bisschen hochgepusht mein 98er dass ich habe okay wundert euch nicht ich würde ihr werdet gleich einen cut sehen ich werde jetzt zweimal rausschneiden denn da zweimal die aufnahmen jetzt am ende abgebrochen ich habe mir ein 98er ein bisschen hochgepusht ich glaube zwei drei oder vier level über die 40 hinaus ich bin mir nicht sicher von daher brauche ich jetzt wieder bonbons normale und xl bonbons deswegen gehen wir hier direkt mal mit der sanana wäre rein ja ein bisschen hier sammeln wieder okay geiles ding wie viele punkte kriege ich jetzt wo bin ich jetzt bin ich schon bei 23 50 oder noch nicht ja doch ja sehr schön sehr sehr schön was will ich denn mehr okay ich würde einfach sagen das war's mit diesem video und wir hören uns beim nächsten mal wieder haut rein rein